Ich finde es ja wundervoll, dass du eingeschaltet hast und ich werde dieses Video auch relativ kurz fassen, während die Katze da ihr Geschäft erledigt. Und zwar, wenn du das Video hier siehst, wird dich das vermutlich interessieren und es ist wichtig. Wichtig für dich, wichtig für uns, wichtig für die Reichweite und wichtig für den Algorithmus, um auch mal die Kleinen ein bisschen zu supporten. Katze, kannst du mal aufhören zu kacken? Pssst, nein! Okay, geht doch. So, schön, dass du angeschaltet hast zu diesem Video auf meinem Kanal ChadiLeo. Wie ihr es vielleicht sehen könnt, ich habe etwa 5100 Abonnenten. Ich möchte auch mal was Sinnvolles damit machen. Honey! So heißt die Katze. Während ich hier nebenbei Bewerbung schreibe und hier YouTube läuft und hier mein Studio ist. Honey! Die Katze macht Lärm! Ja! Die Katze kratzt nur in ihrem Klobissen rum. Aber alles gut. Jetzt reicht's hier, jetzt reicht's. Okay, okay, wir lassen sie in Ruhe kacken. Okay, 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 jetzt macht sie doch, das gibt's doch nett hier. Es reicht. Okay, ich glaube, sie ist fertig. Ich glaube, sie ist fertig. Ja, schöne Lampe, die ihr da gesehen habt. Auf jeden Fall hier, wie gesagt, ich bin mir eine Bewerbung geschrieben und hier nebenbei mein Studio, was, wo ich heute Abend auch noch was drehen werde, weil ich bin quasi in Quarantäne eigentlich. Also nicht wirklich, aber ich bin krank, ich soll und darf nicht raus und darf auch nichts mit Menschen machen. Die Katze ist bescheuert. Aber die ist süß. Und wie gesagt, hier nebenbei YouTube und so, ich bereite mich auf heute Abend vor, weil Donnerstag 0 Uhr 0, ihr wisst ja, da kommen ganz viele Songs raus. Aber, wir kommen zurück zum Thema. Mein Arm wird langsam müde. Gucci Cap, ich habe heute auch ein neues TikTok-Programm geladen. TikTok-Name unten auch in der Beschreibung. Instagram-Name auch unten in der Beschreibung. Aber warum du hier das Video angeschaltet hast? Weil du auch wachsen willst. Jeder will wachsen. Jeder will irgendwo wachsen. Und da ich auf TikTok habe ich 103.000 Follower. Auf YouTube sind es über 5.000. Ich weiß die Zahl jetzt nicht genau. Diese Katze. Und auf Instagram sind es auch über 3.000. Und du bist einer auf YouTube, TikTok oder Instagram, der deutlich weniger hat als ich. Aber genau deshalb schaust du ja dieses Video. Genau deshalb mache ich auch das Video. Ich möchte mit meiner Reichweite jungen, talentierten und kreativen Zuschauern die Möglichkeit geben, mal quasi diesen YouTube-Kanal als Bühne für sich zu benutzen. Und ich werde das so machen. Pro 150 Klicks wird einer aus den Kommentaren hier unten in den Kommentaren, wird derjenige unten ausgewählt, von dem ich auf irgendwas eine Reaction mache. Ihr könnt gerne dazu schreiben. Zum Beispiel, keine Ahnung, mein Name ist Lisa. Ich bin YouTuber und habe 100 Abonnenten als Beispiel. Lisa schreibt, ich wünsche mir, dass du eine Reaction machst auf entweder mein Instagram-Feed oder meinen YouTube-Kanal auf irgendeinem Video oder auf dem TikTok. So, schreibt ihr das in die Kommentare. Mein Name ist Lisa. Ich möchte eine Reaction haben auf dies und das. Und bei 150 Likes, nein, 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 nicht Likes, Zuschauern. Bei pro 150 Zuschauern wird einer ausgewählt. Sind es 300 Klicks? Gibt es zwei, die ich rausnehme. Sind es 600 Klicks? Sind es vier, die ich dann im nächsten Video eine Reaction mache. Und so könnt ihr zumindest auf Leute, ja, können die Leute auf meiner Plattform YouTube hier, können dann ein Bild von sich machen, wer ihr so seid. Und dann kriegt ihr neue Follower dazu und alles drum und dran. Und ich bin gerade in meinem spendablen Moment. Und genau, nutzt diese Möglichkeit. Ihr könnt, also, es ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn jetzt 10 Leute das Video sehen, diese 10 Leute sind es weiter an 10 Leute, sind es schon mal 100 neue dazu, die dabei sind. So, dann haben wir 110. Und wenn diese 110 es nochmal an 10 senden, sind wir bei 1100. Das heißt, bei 1100 sind es 600, 750, 900, 1050. Sind es schon die 7 Leute, auf die ich in meinem nächsten Video eine Reaction mache und auch die Namen und alles drum und dran in der Beschreibung erwähne. Damit die Leute, die dann das Video sehen, wo ich eine Reaction bei euch mache, egal ob es jetzt TikTok ist, Instagram-Feed ist oder ein YouTube-Video ist. Ich lasse mich überraschen, wer ihr seid, was ihr so macht und mache auf irgendwas definitiv eine Reaction. Pro 150 Klicks auf das Video werde ich eine Person aussuchen. Und wie gesagt, wenn ihr kleine Künstler seid, ich sag mir jetzt Künstler, ja, weil, ja, kreative Köpfe seid ihr, wenn ihr das alles so macht, dann werdet ihr die Chance bekommen. Und genau, ansonsten, ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren. Vielleicht komme ich ja mit eurer Hilfe auch auf die 10.000, dann wird das für euch nochmal nochmal besser und immer weiter. Die eine Hand wäscht die andere. Okay, und ich freue mich auf eure Nachrichten und TikTok, wie gesagt, 103.000. Ich habe eine große Reichweite. Ich möchte die mit euch teilen. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video und ich bin gespannt, wer ihr seid und was ihr macht. Und ich bin gespannt und aktiv in den Kommentaren und möchte euch helfen. Pro 150 Klicks, einer, auf den ich eine Reaction mache. Dankeschön und schönen Tag noch und bis dann. Dankeschön. Vielen Dank.